Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute habe ich als Gast Dr. Christian Mörken dabei. Er ist Redakteur in der Unternehmenskommunikation und wir sprechen über das Thema Digitalisierung in der Unternehmenskommunikation. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich Christian. Hallo Florian. Schön, dass wir es geschafft haben. Wir sind schon seit einem halben Jahr auf Terminsuche gewesen für diesen Podcast. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es ist schön, dass es jetzt klappt. Ja, das finde ich auch. So ein klein bisschen würde ich am Anfang, bevor wir in das Thema reingehen, mal so ein bisschen zu unserem Background und auch ein bisschen zu deinem Background erzählen. Eigentlich könnten wir darüber noch einen ganz anderen Podcast machen. Zum einen, was wir beide schon zusammen erlebt und gemacht haben und was du auch vorher schon alles gemacht hast. Dazu muss man sagen, wir sind gute Freunde. Wir kennen uns seit 15 Jahren mindestens. Ungefähr, ja. Würde ich sagen, ja. Und Christians Werdegang ganz kurz ist ursprünglich in der Musikbranche gestartet, wie ich auch. Er hat damals in einem Künstlermanagement, später bei einer Plattenfirma gearbeitet und mit vielen illustren, bekannten Musikern. Ich könnte jetzt hier so ein bisschen Name-Dropping starten. Er hat zusammengearbeitet. Ich versuche mal, ob ich noch alles zusammenkriege. Herbert Grönemeyer, The Gregorian, Sarah Brightman, Chris Rear, war doch so das... Jan Delay. Jan Delay, genau. Den du ja auch schon aus deiner Schulzeit kanntest. Joachim Witt. Einige. War noch ein paar mehr, aber das reicht, glaube ich. Ja, ich weiß auch immer wieder, wenn wir uns sehen und uns unterhalten, irgendwie fällt dir dann fast jedes Mal noch irgendeine andere Anekdote aus der Zeit aus, die mit Sicherheit sehr, sehr spannend war. Es waren halt noch die wilden Jahre damals. Genau, die gute alte Zeit. Und dann bist du ins Verlagswesen gewechselt. Und das war dann ein Schwerpunkt. Ich glaube, du bist über ein Künstlermanagement, hast du mal erzählt. Und dann bei einem Verlag gelandet, der auch Hörspiele produziert. Und so haben wir uns ja kennengelernt ursprünglich. Ganz genau, ja. Christian damals in einem Coaching bei mir war, zum Thema Technik für Hörspiele. Und dann haben wir, ich glaube echt jetzt, wir sind ja eigentlich immer noch an einem Projekt, arbeiten wir immer noch ab und an zusammen. Seit 15 Jahren haben wir an die 100 Hörspiele zusammen produziert. Christian hat die Texte geschrieben, die Geschichten sich ausgedacht, hat mehrere Kinderhörspielserien entwickelt. Und ja, wir haben jahrelang produziert. Und dann hast du vor einigen Jahren wieder die Richtung gewechselt und bist zu einem großen Verlagshaus in den Bereich Unternehmenskommunikation gekommen. Ja, das war eigentlich eher ein Zufall, beziehungsweise gar nicht so geplant. Ich habe mich da eigentlich beworben als ganz normaler Redakteur, beziehungsweise PR-Redakteur nannte sich das. Also wo man dann die Advertorials, die gekauften Strecken quasi für Kunden betextet. Und so habe ich dort angefangen. Und dann hat sich eigentlich aus der Anfrage einer regionalen Handelskette, die ein Kundenmagazin haben wollten, für mich die Aufgabe ergeben, eben dieses Kundenmagazin als Redakteur zu betreuen. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Das hat auch vor allen Dingen für die Handelskette sehr gut funktioniert. Und so sind andere Unternehmen darauf aufmerksam geworden und sind dann ebenfalls zum Verlag gekommen und haben gesagt, wir hätten auch gerne so etwas. Und so haben wir dann angefangen, für verschiedene Unternehmen eben Kundenmagazine, Kundenzeitschriften zu entwickeln. Und aus diesen ursprünglichen Produkten sind dann eben noch weitere geworden über die Jahre. Weitere Dinge wie Sammelalben, auch Hörspiele, verschiedene kleinere Videoproduktionen und so weiter. Also das ganze Spektrum im Grunde genommen der Unternehmenskommunikation hat sich daraus entwickelt. Aber ich bin da tatsächlich so als Autodidakt reingerutscht und habe das so Learning by Doing mäßig dann aufgebaut. Und das Schöne ist, in unserer freundschaftlichen und auch geschäftlichen Beziehung, du hast uns über die Jahre, mittlerweile bist du bei einem anderen Unternehmen, hast du uns immer wieder mitgenommen. Und ja, das, wie du schon eben sagtest, eines der Projekte, die wir gemeinsam machen, waren einmal die Hörspiele für eine große deutsche Handelskette und dann halt auch eine ganze Reihe von Videos. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt gemacht. Das waren ja auch so Erklärvideos, so ein bisschen im Stil von Sendungen mit der Maus. Ich meine, das waren ja auch schon, wie viele haben wir gemacht? Also ich habe nie gezählt, aber es ist sicherlich alles irgendwo im zweistelligen Bereich, ja. Ja, also ich meine, wir waren jetzt drei oder vier Jahre und jeden Monat eins, dann kann man sich ausrechnen. Also um die 60 Videos müssten schon sein, die wir da produziert haben. Ja, und natürlich allein schon durch das Thema Hörspiel und Videos bist du ja schon in die Digitalisierung der Unternehmenskommunikation eingestiegen. Spannend wäre jetzt für mich mal zu erfahren, auch jetzt im Hinblick auf die Erfahrungen in den letzten Jahren, die du gemacht hast, wie du die Entwicklung siehst, ob du siehst, dass sich da was tut und wie das Thema von Kundenseite akzeptiert wird. Also zum Beispiel ist das Thema Printmedienmagazin, ist das immer noch so groß oder kommt langsam auch die Erkenntnis, dass man auch mit digitalen Medien, sei es jetzt Videos oder auch Live-Formaten, ich meine, das gehört ja alles zur Unternehmenskommunikation dazu, ob da das Verständnis, wie man jetzt aufgrund von den Erfahrungen der letzten Jahren sich denken könnte, ob das wirklich da ist oder ob das nur so als kurzes Intermezzo gesehen wurde. Also vielleicht eins kurz vorweg, es gibt ja zwei Bereiche der Unternehmenskommunikation, das eine mal ist das Externe, darüber sprechen wir jetzt und das andere ist das Interne, das können wir gerne nachher nochmal ein bisschen auseinander nehmen. Aber jetzt, um auf deine Frage erstmal einzugehen, ich denke, das sind so Wellenbewegungen. Also ich würde sagen, dass vor ungefähr vielleicht zehn oder auch 15 Jahren schon so diese große Goldgräberströmung in der Industrie bezüglich Apps geherrscht hat. Also jeder dachte dann, er braucht eine App. Ganz viele Unternehmen haben dann gesagt, ja, also auch jetzt natürlich im Handelsbereich, gerade im Endkundenbereich, wir brauchen eine App. Darüber können dann die Leute, wenn es jetzt im Lebensmittelhandel ist, was weiß ich, Produkte vorbestellen, einkaufen oder informieren sich über Sonderangebote bei uns. Und irgendwann hat das aber ein Maß angenommen, wo dann auch die Unternehmen selber gemerkt haben, also ihre Kunden haben jetzt nicht Lust, von jedem Unternehmen, wo sie mal einkaufen oder mal eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, sich immer gleich eine App runterzuladen. Und vor allen Dingen gucken die Leute da jetzt auch nicht zwischendurch ungefragt einfach mal drauf. Und das hat dann eigentlich wieder so ein bisschen das Pendel zurückschwingen lassen. Das ist so die Wahrnehmung, die wir hatten, als wir 2016 so richtig da eingestiegen sind in das Thema, dass eben die Handelsketten gerade kamen und sagten, nee, das Digitale hat seine Berechtigung und auch seine wichtigen Funktionen. Aber wir brauchen was Haptisches. Irgendwas, was die Leute beim Reinkommen oder rausgehen aus dem Markt in die Hand nehmen können, was sie auch in der Hand behalten, was dann zu Hause, wenn man die Einkaufstaschen hinstellt, vielleicht erst mal auf den Küchentisch gelegt wird und dann kommt vielleicht der Sohn, die Tochter, sieht das, greift das, blättert das einmal durch. So geht das einfach durch mehrere Hände dann auch und bleibt einfach auch mal ein paar Tage liegen. Und je hochwertiger wir das gestalten und je nützlicher inhaltlich wir das auch gestalten, also im Fall jetzt im Lebensmittelhandel zum Beispiel eben durch tolle Kochrezepte oder so, die da drin sind, desto länger bleibt das liegen und desto länger haben wir einfach die Verbindung zum Kunden. Und da hat sich auch gezeigt, das hat wunderbar funktioniert. Das funktioniert bis heute wunderbar. Und von daher würde ich immer denken, die beiden Dinge laufen total parallel. Also die Digitalisierung, finde ich, hat oft so eine Tendenz oder hatte oft so eine Tendenz, in so eine Richtung zu gehen, das eine gegen das andere. Oder das eine ist das Alte und wird jetzt durch das andere ersetzt. Ich denke, wir haben jetzt, nachdem wir im Medienbereich sein gutes Vierteljahrhundert wirklich aktiv mit Digitalisierung von Kundenansprache zu tun haben, denke ich die Erkenntnis, dass es beides parallel läuft. Und das ist einfach, wir immer noch an einem Ausprobieren sind, wo passt das Digitale besser, wo passt das Haptische besser. Und also anderes Beispiel, wir haben ja jetzt schon mehrfach Thema Hörspiel erwähnt. Wir haben ja da auch fürs Familienmarketing, für Handelsketten eben Hörspiele entwickelt. Da gibt es zum Beispiel eben die eine Handelskette, die sagt, es ist ganz wichtig, dass dieses Hörspiel haptisch als CD angeboten wird, dass das sozusagen die Kinder das in die Hand nehmen können, dass da ein Cover drauf ist, dass sie wirklich das Gefühl haben, ich habe ein Produkt. Und die andere Handelskette sagt, nee, wir schaffen zum Beispiel eine Online-Welt. Da haben wir auch viele Spiele und andere tolle Features drauf. Und da, während die Kinder meinetwegen digital ein Bild ausmalen oder sich Malvorlagen auch vielleicht runterladen oder ausdrucken, können sie nebenher eben bei uns gestreamt eine Hörspielgeschichte hören. Und für beide funktioniert es. Also das ist sozusagen nicht immer das Entweder-Oder, sondern ich würde sagen, es ist ein Sowohl-als-auch. Das ist ja ein Thema, was sowieso noch ankommen muss. Also das ist ein Vorwurf, den ich in den letzten Jahren auch immer wieder gehört habe. Gerade so aus dem Trainingsbereich. Ja, ja, digital war ja jetzt nur eine Übergangslösung für uns. Also, aber alles digitalisieren klappt eh nicht. Der Mensch braucht den Kontakt im Training, in der Kommunikation. Natürlich. Es hat ja auch nie jemand gesagt, man soll alles digitalisieren. Also, Extreme helfen ja nie. Ich sage dann immer, die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern grau. Ich glaube, es ist ganz einfach so, wir als Menschen alle in unserem Bereich, wir haben heutzutage fast alle, wie soll ich sagen, zwei Existenzen. Wir haben fast alle unser Smartphone, wir nutzen alle Laptops, Computer, Tablets, was auch immer. Wir haben sozusagen eine digitale Realität und wir haben eine physisch-haptische Realität. Und Unternehmenskommunikation muss meines Erachtens nach in diesen beiden Welten präsent sein. Und, und das ist eigentlich die viel größere Herausforderung, glaube ich, für viele Unternehmen, es muss richtig sinnvoll miteinander verzahnt sein. Also, mich wurmt es manchmal ein bisschen, wenn ich so ein Magazin dann im Supermarkt in die Hand nehme und dann, weiß ich nicht, dann sind da zehn Rezepte meinetwegen drin und dann steht irgendwie am Ende so, noch mehr Rezepte finden Sie auf www.usw.de. Weil ich immer denke, das ist jetzt keine wirkliche, das ist nie wirklich attraktiv in dem Moment zu sagen, ja, jetzt gehe ich nochmal nach Hause, um mir noch mehr Rezepte anzugucken. Wir wissen alle, wie viele Rezepte wir in einer Woche kochen können. Aber es gibt dann zum Beispiel andere, die dann ganz schlau sagen, wir haben tolle Videoanleitungen zum Beispiel. Also, wenn ich meinen Markennamen jetzt kurz einwerfen darf, für den habe ich nie gearbeitet, deswegen mache ich das gerne. Zum Beispiel Rewe hat einfach ganz tolle Videos, wo du dann einfach auch siehst, wie die Rezepte, die sie in ihren Magazinen bewerben, wie die gekocht werden. So, wenn du dann sagst, ja, ich brauche aber trotzdem nochmal irgendwie so eine Hilfe, mir reicht das nicht, wenn es dann nur als Text steht oder es ist mir eh zu blöd, das zu lesen, während ich am Herd stehe. So, das finde ich einfach eine sinnvolle Verknüpfung an der Stelle. Und da, glaube ich, gibt es noch sehr, sehr viel Raum für Entwicklung, zu sagen, wie verknüpfe ich die Dinge, wo macht das Digitale mehr Sinn und wo brauche ich einfach auch nochmal das Haptische. Am besten natürlich auch mit QR-Code. Das hat ja auch jetzt ewig gedauert, bis sowas implementiert wurde. Also, ich erledige es immer noch, dass du dir dann einen langen Link abschreiben musst. Das hat jetzt zumindest, gibt es immer öfters Printmedien, wo dann auch ein QR-Code drin ist, dass man halt auch wirklich auf den richtigen Link kommt und da auch keine Frustrationen erlebt. Da sieht man, wie lange das dauert, dass Dinge, die ja für Menschen, die ansonsten täglich mit digitalen Formaten zu tun haben, völlig normal sind, in der breiten Masse doch echt eine Weile brauchen, bis sie ausgerollt und auch akzeptiert werden. Richtig. Du hast es schon angesprochen, Kochvideos, Tutorialvideos. Wir haben ja so Erklärvideos für Kinder gemacht, viele Jahre lang. Das ist die eine Seite in der externen Kommunikation, also Endkunden ansprechen. Ein Bereich, wo ich jetzt persönlich oder mit unserem Unternehmen mehr reingehe, ist der B2B-Bereich. Das ist ja, was du jetzt in letzter Zeit hauptsächlich bespielt hast, wo du tätig warst. Wie siehst du da die Entwicklung? Mal jetzt ganz konkret auf das Thema Video, also im Live-Format oder auch in der Aufzeichnung. Ist da die Akzeptanz da? Also, mein gut, dass Videokommunikation in Form von Videokonferenzen, Videocalls vermehrt genutzt wird. Ist logisch durch die Entwicklung der letzten drei Jahre. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, die eigentlich von den meisten Unternehmen bisher noch gar nicht genutzt wurden. Also für uns spielt das Medium Video eine ganz große Rolle. Wir haben auch am Standort ein eigenes Videostudio, was auch so konzipiert ist, dass man im Grunde genommen nach einer kurzen Einweisung jeder das sofort nutzen kann, die Bereiche das buchen können. Wir nutzen das zum einen mal für intern jetzt auch für Sales-Schulung. Das ist natürlich jetzt nicht B2B, aber da spielt es eine ganz große Rolle, weil einfach du sofort auch ein Produkt in seiner Anwendung zeigen kannst. Also wenn du sagst, ich habe jetzt wirklich, wir sind ein weltweites Unternehmen mit 35 Standorten von Japan bis USA. Dann lädst du sozusagen die Sales-Representatives der einzelnen Orte ein und dann kriegen die das quasi live demonstriert und die Anwendung gleich gezeigt. Viel einfacher, als wenn du da jetzt irgendwie einen langen Text schreibst und ein paar Fotos davon machst und auch viel anschaulicher. Und die Leute können dann auch sofort zurückfragen oder ihre Fragen dann darunter stellen und können das vor allen Dingen dann zum Beispiel auch wieder zu ihrem Kunden, also da dann eben im B2B-Bereich wieder einsetzen. Und wenn man dann sagt, hier guck mal, wir haben eine neue Funktion, neue Anwendung, also bei uns geht es dann um Hartmetallstäbe und um Bohrer zum Beispiel. Da kann man immer viel erzählen, aber wenn man dann gleich auch ein Video im Vertriebsgespräch dabei hat und dem Kunden zeigt, guck mal hier, da siehst du den Bohrer im Einsatz und der bohrt jetzt den und den Werkstoff, was vorher, was weiß ich, vielleicht zu unheimlich Verschleiß geführt hat und guckte den Bohrer nach der Anwendung an. Der ist noch wie neu. Siehst du, das Material ist besser oder das Produkt ist besser. Also das nutzen wir auf jeden Fall. Und natürlich auch, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch gerade so dieses Emotionalisierende. Also wir haben zum Beispiel vor einem Jahr unser hundertjähriges Jubiläum, zwei Jahre muss ich sagen, Entschuldigung, zwei Jahren unser hundertjähriges Jubiläum gefeiert und haben da eben zum Beispiel einen sehr schönen Film gemacht, also richtig einen Kurzfilm von einer knappen halben Stunde, der das Thema des Unternehmens völlig anders zum Beispiel aufgegriffen hat. Also wir sind nicht durchs Werk gegangen und haben auch nicht Maschinen und nicht Produkte gezeigt, sondern wir haben zwei Leute gezeigt, die durch eine wunderschöne Landschaft fahren und im Zug sitzen und sich im Grunde genommen über ihre Berufe unterhalten. Und man kann den auch bei uns noch auf der Website sich anschauen, den Film, der steht da immer noch und haben versucht, so einen ganz emotionalen Zugang zur Thematik zu finden, weil Hartmetall klingt jetzt erstmal irgendwie nach großen Walzen und Grau und Maschinen und Werkshallen. Und das ist es zum Teil auch, aber eben nicht nur. Und genau, diesen Film, den haben wir dann eben zum Beispiel auch zu verschiedensten Filmwettbewerben geschickt. Also der ist dann eben auch in Cannes zum Beispiel prämiert worden und auch auf anderen Unternehmensfilmfestivals und bringt halt einen ganz emotionalen Zugang erstmal zu dem, was wir machen. Also einfach um zu zeigen, wir stellen nicht nur das Produkt jetzt in Vordergrund oder die Produkte in Vordergrund, sondern vielleicht auch so den Spirit, den das Unternehmen dann auch vertreten will. Und da ist zum Beispiel gerade das Bewegtbild, das Video, das könnte man textlich schwer vermitteln. Das kann man aber in Bewegtbildern unheimlich toll umsetzen und das berührt dann die Menschen ganz anders, als wenn ich das jetzt in einem Artikel auf der Website lese oder in einem Magazin lese. So, da würde ich das nie so gut rüberbringen können. Klar, klar. Das ist ja der große Vorteil von Videoformaten. Was du eben angesprochen hast, das Studio, was ihr habt, das ist ja ganz spannend. Du bist ja zu einem Unternehmen gekommen und da war das schon in der Planung oder, glaube ich, sogar schon fertig. Also ich habe da gar nichts mit zu tun. Ich finde es nur toll zu hören, dass es in anderen Unternehmen auch schon die Ansätze gibt oder die Realisierung genau dieses Themas. Denn die allermeisten haben sowas noch nicht. Und wenn, wird es nur genutzt für Videokonferenzen oder Webinare. Aber gerade das Thema Produktpräsentation im Sales-Bereich vor allen Dingen nicht nur bei internen Themen. Bei internen Themen ist es den meisten schon klar. Interne Schulungen. Wir haben auch ein Unternehmen, kann ich auch nennen, die Firma Wolfkraft, den wir bei der Einrichtung des Studios unterstützt haben und den wir auch immer wieder regelmäßig coachen. Die machen ihre internen Verkaufsschulungen für ihre Niederlassungen europaweit, machen die halt auch digital über Live-Videokonferenz. Aber, also das ist schon gang und gäbe bei einigen Unternehmen, aber es gibt ja noch viele andere Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel halt Kundenansprache in Form von Live-Video-Streaming, wo man neue Produkte vorführt und direkt auch die Möglichkeit gibt. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, auch im Podcast und dann die Möglichkeit gibt, so jetzt, ihr könnt direkt die Sales-Representatives unseres Unternehmens hier unter dem Kontakt kontaktieren, wenn ihr Fragen zu euren Konditionen habt und so weiter und so fort. Im Prinzip also Formate auch in den B2B-Bereich einführen, die aus dem Fernsehen kommen, weil das ist ja das Klassische, was QVC macht, Verkaufsfernsehen. Shopping-Kanal. Shopping-Kanal, genau. Also das ist etwas, was man da auch etablieren kann und probieren kann, ob es denn wirklich angenommen wird und funktioniert, weiß ich nicht, aber ich merke halt, es fehlt unheimlich viel an oder fehlt noch unheimlich viel an Ideen und Einsatzgebieten fernab der klassischen Themen, wie jetzt ein Image-Video oder Jubiläumsvideo oder eine Verkaufsschulung. Welche Ansätze oder Erfahrungen hast du da schon gemacht oder Ideen hast du schon miterlebt oder auch mitentwickelt, die von den klassischen Einsatzgebieten weggehen? Also wir haben sogar de facto mittlerweile zwei Studios. Eins, was ein bisschen komplizierter ist, sage ich mal. Da haben wir auch ein Team, was sich drum kümmert. Und wir haben jetzt einen, so eine Art Videoautomaten noch dazu bekommen, der dann eben wirklich so Plug-and-Play mäßig funktioniert. Und da geht es eben ganz stark darum, dass wir wirklich auch aus verschiedensten Bereichen Leute motivieren wollen, zu sagen, macht doch einfach mal, probiert mal was aus. Also den kann man sowohl für eine Live-Präsentation nutzen, aber man kann ihn eben auch, also kann tolle Sachen aufzeichnen, also ist richtig mit Greenscreen, kann eine Präsentation hinterlaufen lassen, einen Film laufen lassen und kann sich auch als Präsentator ganz rausnehmen und so weiter. Weil, was für uns interessant ist, wir möchten natürlich auch immer gern unser Know-how nach vorne stellen. Und wir möchten eben einfach auch gern nicht nur die Sales-Representatives vorne haben, die dann am Ende das Produkt an den Kunden verkaufen oder präsentieren, sondern unser Ziel ist es im Grunde genommen auch, die Entwickler zum Beispiel mal dazu zu bewegen, zu sagen, zu erklären, warum haben wir diesen Ansatz gewählt oder was ist an diesem Produkt, an diesem Stoff zum Beispiel, Material erstmal, die Schritte davor, wie sind wir darauf gekommen, dass man sowas einfach auch mal erzählt, dass man den Kunden im Grunde genommen viel transparenter in diesen ganzen Entwicklungsprozess auch mit rein nimmt, die Schritte. Also wie sind wir losgegangen? Was haben wir als Problem identifiziert? Vielleicht idealerweise durch Kundenfeedback, die uns sagen, hier Verschleiß von dem Bohrkopf ist so hoch, habt ihr nicht was Besseres? Wie sind wir da rangegangen? Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel ist bei uns ein riesen, riesen Thema. Und dass man diese Leute einfach dazu motiviert, das mag nicht jeder, aber es gibt dann doch mehrere, die sagen, ja, könnte ich mir schon mal vorstellen. Und um diese Schwelle niedrig zu halten, haben wir eben gesagt, wir wollen jetzt eben auch so eine Art Plug-and-Play-Studio haben und das dann eben auch einsetzen. Also nicht immer nur gerade so am Ende der Sales-Rap, der das dann nutzt, sondern eben auch schon mal Vorstufen dazunehmen, weil wir einfach merken, ein bewegter Mensch, ein Gesicht, eine Emotion, das funktioniert einfach viel, viel besser als der tollste, schick gestylte Hochglanz-Katalog, weil den kriegen die Leute irgendwie zehnmal auf den Tisch. Haben es auch schon tausendmal gesehen. Und es ist ja zum Beispiel auch ein Kommunikationskanal, der für uns auch immer wichtiger wird, also im Bereich Social Media, ob es jetzt irgendwie Xing, LinkedIn zum Beispiel ist. Wir experimentieren zum Beispiel gerade auch sehr stark mit TikTok, was für uns absolutes Neuland ist, wo man jetzt sagt, ein Hartmetall-Industrie-Unternehmen auf TikTok, was wollen die da machen, was passt da rein. Da spielen wir gerade rum, haben da auch gerade Schulungen zugemacht, was interessant sein kann. Denn, und jetzt komme ich ein bisschen weg vom B2B, aber das ist für viele Unternehmen, denke ich, die das jetzt vielleicht auch hören, die wahrscheinlich allergrößte Baustelle gerade. Wir reden ja in Deutschland seit vielen Jahren vom Fachkräftemangel und das Thema Recruiting und in dem Zusammenhang das Thema Employer-Branding, das ist eigentlich gerade die ganz, ganz große Baustelle, vor der unheimlich viele Unternehmen stehen. Wir auch. Wir sitzen in Tirol, das ist zwar wunderschön hier, aber es ist auch weit weg von irgendwelchen Metropolen. Wir sind also gleichermaßen weit weg oder ja, von München auf der einen Seite und Innsbruck auf der anderen Seite. Und das ist ein Riesenthema. Und genau in dem Bereich, also gerade wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel auch eben potenzielle Bewerber, Studenten, Schüler, die überlegen, wo mache ich eine Lehre, anzusprechen, da ist das Thema Video eine ganz, ganz große Nummer und ganz, ganz wichtig für uns und deswegen eben auch Kanäle wie Instagram und TikTok zu nutzen, aufzubauen und das natürlich auch möglich so zu tun, dass es jetzt nicht peinlich ist, dass da jetzt irgendwie alte Herren im Anzug versuchen, cool zu sein, sondern dass man da Formate findet, wo dann vielleicht eben der 16-jährige Schüler oder die 20-jährige Studentin sagt, die gucke ich mir mal an. Das ist wirklich spannend, was die machen. Du hast genau den Schlüssel dazu schon genannt, den ich auch in jedem Webinar zu dem Thema, in jedem Verkaufsgespräch nenne und wo bei den meisten dann erstmal klar wird, dass die Vorstellung von Videoproduktion in einem Corporate-Studio-Unternehmen meistens doch falsch ist und dass das Thema Selbstfahrerstudie beziehungsweise Eigenproduktion, dass man eben kein Team braucht. Das ist der ganz, ganz große Schlüssel, wo auch die alten Vorstellungen von Videoproduktionen wirklich überholt sind. Das heißt nicht, dass man nicht auch eine klassische Videoproduktion macht und braucht mit einem Team, gerade wenn es hochglanz werden soll. Oder ich habe mal mit einem Vertreter eines auch sehr großen weltweit agierenden Konzerns gesprochen, der keinen konkreten Bedarf jetzt hatte. Ich glaube, der entwickelt sich gerade langsam, der einfach nur wissen wollte, du schreibst die ganze Zeit bei LinkedIn davon, Selbstfahrerstudio und täglicher Einsatz von Videokommunikation, das kannst du bei uns völlig knicken. Wenn wir in unser Studio gehen, das ist irgendwie 500 Quadratmeter großer Halle mit einem Team von irgendwie fünf bis zehn Leuten, da mache ich nicht eben mal ein kleines Recruiting-Video so. Da meine ich aber, das ist ja auch quasi die alte Vorstellung, dieses Fernsehstudio. Der Witz ist halt ein kleines Studio, so wie ich das auch immer konzipiere, auf dem Tisch, wo du Laptop anstöpselst, sofort loslegen kann und wo nach einer, also im Schnitt dauern die Einführungsschulung bis die Mitarbeiter im Unternehmen das grundsätzliche Arbeiten verstanden haben, dauern im Schnitt eine halbe Stunde. Der Rest, der danach kommt, ist halt, sie werden sehr schnell mutig und wollen dann halt auch, ich sag mal, fortgeschrittene Dinge ausprobieren. Wie kann ich das machen und so? Aber so dieses Grundlegende, was man im Alltag braucht oder mal ein Video aufzuzeichnen, das kann jeder in wenigen Minuten lernen. Und das ist so der absolute Knackpunkt, die Videokommunikation wirklich im Unternehmen, muss ich nochmal sagen, die Videokommunikation wirklich im Unternehmen zu integrieren. Und wie du es eben auch schon schön gesagt hast, es ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, alle Abteilungen mit an den Tisch zu holen. Wir machen das im Vorfeld immer so, dass wir einen Workshop vor der Planung und Konzeption des Studios im Unternehmen anberaumen und dann sagen, bitte von allen Abteilungen, für die das interessant ist. Das wissen die Abteilungen meistens noch gar nicht, also da geben wir auch schon Ideen. Mindestens einen oder eine mit rein in den Workshop, damit die anfangen, wie heißt es so schön, zu hirnen, zu überlegen und Ideen zu entwickeln, wie sie es nutzen können. Also das denke ich ist die Zukunft. Also eben, weil natürlich auch viele Leute da erstmal auch Hemmungen haben. Die sehen dann vielleicht normalerweise immer viele Kabel und Mikros und Licht und was weiß ich, was da rumstehen. Und dann ist das natürlich irgendwie auch, boah, da muss ich mich das lange vorbereiten und da geht doch jetzt ein Tag für drauf, dass ich da irgendwie am Ende eine Drei-Minuten-Botschaft aufgezeichnet habe, weil ich verhaspel mich noch, ich muss das noch schneiden und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich so, dass wir auch gesagt haben, wir brauchen im Grunde genommen was, wo die Leute reingehen, Knopf drücken, ihr Laptop anschließen, ihre Präsentation, wenn sie denn eine verhaben wollen, darauf tun oder was immer sie da noch zeigen möchten, da schnell anschließen, das Gerät sofort darauf zugreift, sie sich einfach davor stellen und dann mit einem kleinen Keyboard da das vollkommen selbst steuern können. Also vier Lichter anstellen, anschalten und los geht's. Und dass man im Grunde genommen in fünf Minuten aufnahmebereit ist und dann irgendwelche Verhaspler danach noch mit einem super simplen Schneideprogramm rausnimmt und fertig ist die Geschichte. So, das ist halt der Ansatz bei uns. Und ja, wir sind aber auch noch ganz, muss ich auch sagen, wir sind noch ganz am Anfang und müssen das auch noch ausprobieren. Also ich kann jetzt noch nicht die großen Erfolgsgeschichten erzählen gerade. Ja, aber damit seid ihr schon, ich weiß nicht wie viele Schritte der breiten Masse im B2B-Bereich in der Industrie schon voraus, weil die meisten nutzen Videokommunikation. Meine Erfahrung und ich habe ja wirklich mittlerweile so viele Kontakte und so viele Gespräche schon geführt. Meiner Erfahrung nach bei den meisten ist es die klassische, der klassische Videokonferenz, der Videocall. Nächster Schritt, Webinare. So, und das andere ist erstmal außen vor. Klar, wir haben jetzt in drei Jahren quasi eine absolute Turbo-Entwicklung gehabt von Ebay-Videokommunikation, höchstens mit einem externen Dienstleister mal für einen Imagefilm oder für so ein paar Schulungs- und Trainingsvideos hinzu. Okay, jeder von uns im Unternehmen ist jetzt in der Lage, eine Videokonferenz zu starten, einen Videocall zu führen. Das ist jetzt in drei Jahren absoluter Turbo gewesen. Aber es ist halt auch der Türöffner für etwas, was auch nicht neu ist. Also ich finde das immer wieder total spannend, dass jetzt Ideen umgesetzt werden, die wir, jetzt nicht wir, also nicht meine Frau Joanne und ich alleine, sondern auch in einem Team, mit dem wir viele Jahre gearbeitet haben, im Rahmen einer Trainingsfirma, die wir schon vor zehn, elf Jahren hatten oder auch umgesetzt haben. Und da war genau das gleiche, was du jetzt gesagt hast. Damals haben wir das als Dienstleister gemacht, zusammen mit der Trainingsfirma. Aber das Wichtigste an den Videos war immer Authentizität, dass vor der Kamera selten Trainer der Firma standen, sondern meistens Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens. Häufig auch Menschen, die jetzt nicht gewohnt sind, vor großen Gruppen zu sprechen, also nicht im Hauptberuf Trainer sind, sondern einfach Experten aus ihrem Fachbereich, die dann mit allen Ecken und Kanten, die man als Mensch hat, ihr Thema präsentiert haben, aber immer die größte Akzeptanz bei ihren Kolleginnen und Kollegen dadurch bekamen. Also was ich total spannend finde, weil du gerade sagst, ja, eben Videokonferenzen oder Webinare. Wir alle erleben, wenn wir uns jetzt abends vor den Fernseher setzen und meinetwegen auch einen Filmstream oder irgendeine Fernsehsendung sehen, dann sehen wir zum Beispiel, wie sehr sich so auch Schnitttechniken verändert haben. Also wie viel schneller eine Geschichte zum Beispiel heute erzählt wird. Und ich finde es vor dem Hintergrund total anachronistisch zu sagen, wenn ich jetzt das Medium Video in meine Kommunikation einbette, dann mache ich das auf eine Art und Weise, die eigentlich einer Sehgewohnheit entspricht, die 30, 40 Jahre alt ist. Denn vor 40 Jahren haben die Leute sicherlich sich noch für den Fernseher gesetzt und haben eine Sendung eingeschaltet, wo einer die ganze Zeit gestanden hat und irgendeine Präsentation abgespielt hat. Oder zwei Leute auf dem Stuhl sitzen und in einer Diskussion oder in einem Talk zueinander reden. Wir kennen das alle von den total müdenden, tödlichen Teams-Sitzungen, in denen viele von uns irgendwie feststecken. Und deswegen haben wir gleich gesagt, nee, wenn wir jetzt das Thema Video wirklich für uns nutzen wollen, dann muss das auf eine Art und Weise geschehen, die im Grunde genommen auch ein bisschen den Sehgewohnheiten entspricht. Also gerade wenn ich junge Leute ansprechen will, wenn ich auf TikTok sein will, dann kann ich ja nicht sagen, ich mache da jetzt mal irgendein Webinar oder eine Videokonferenz, weil das einfach absolut nicht deren Sehgewohnheiten entspricht. Und da dann eben so eine Art Selbstfahrerstudio oder wir sagen Plug and Play, aber meint am Ende das Gleiche, zu haben und zu sagen, ey, wir können damit jetzt wirklich, also wir haben zum Beispiel eben auch die Möglichkeit, diese Formate einzustellen, dass wir sagen, das soll jetzt auf dem Handy ausgespielt werden. Und da dann irgendwelche kurzen, kleinen Sachen zu machen, die jetzt vielleicht vom Inhalt her nicht so wahnsinnig viel vermitteln, aber wo man dann erst mal als Marke, als Unternehmen vielleicht bei einer gewissen Zielgruppe schon mal ein Bewusstsein erschaffen kann und sagen kann, ey, die gibt es, ey, die machen ja coole Sachen oder das ist ja witzig, was die da gemacht haben. So und darauf muss man dann halt Stück für Stück aufbauen und dann werden die Inhalte tiefer und weitergehender. Aber ich denke eben, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, wir müssen uns an die Sehgewohnheiten der Menschen anpassen und dementsprechend brauche ich eben auch eine Technologie und da ist so schön, also ich nutze Teams jeden Tag und es ist auch ein tolles Programm, aber so schön das ist, ist jetzt so ein Videocall einfach irgendwie nicht, finde ich jetzt nicht mehr so das Kommunikationstool der Stunde. Da brauchen wir andere Formate. Ja, aber du, aber auch bei Webinaren ist das so. Also ich bin seltenst in irgendwelchen Webinaren noch, obwohl Themen mich interessieren, aber wenn ich mir dann Infowebinare angucke und nach fünf Minuten merke, okay, über den Horizont, ich gebe mal eben meinen Bildschirm, meine Präsentation frei und dann redet einer stundenlang über eine freigebende Präsentation. Da kann mich das Thema interessieren, wie es will. Ich bin dann draußen, weil ich dabei einfach einschlafe. Und jeden, den ich frage, findet, eigentlich jeder findet es zum Kotzen. Also jetzt mal ganz brutal gesprochen, keiner kann es mehr sehen. Und trotzdem findet nicht so viel Innovation oder so viel Veränderung statt, wie man sich es wünscht. Also am krassesten finde ich es bei selbstständigen Dienstleistern. Da denke ich mir, müsste man eigentlich viel mehr dran arbeiten, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Da ist schon bei vielen, habe ich das Gefühl, wenn da ein Ringlicht da ist und eine externe Webcam, da ist bei den meisten schon, oh, ich habe total in Technik investiert. Bin jetzt ganz böse, weiß ich auch, aber mittlerweile habe ich echt, habe ich da kein Verständnis mehr für. Und bei Unternehmen, es ist natürlich bei Unternehmen ganz häufig auch der große Respekt davor, das Thema anzufassen, weil wer kennt sich da im Unternehmen schon mit aus? Und man weiß halt nur, Videoproduktion ist ein Riesenfass, kostet wahnsinnig viel Geld. Ich meine, was hat so ein Imagefilm für ein Unternehmen schnell gekostet? Ich meine, beim Konzern bist du ja schnell in Summen von sechsstellig bis siebenstellig gewesen früher. Das sind ja völlig normale Preise. Dann hat man das im Sinn und gleichzeitig noch, boah, wir brauchen auch Personal dafür, wir brauchen eine Halle. Also die Vorstellung immer noch, großes Studio, Filmstudio. Aber gleichzeitig weiß man schon, dass das klassische Teammeeting, das klassische Webinar, was sind denn interne Schulungen im Unternehmen, die man digital gibt? Das ist ja ein Webinar. Und wenn man da halt auch wieder klassisch Bildschirm freigibt und derjenige oder diejenige, die durchs Webinar führt, ist irgendwo klein, als Briefmarkenkopf zu sehen, das hält die Leute auch nicht wach. Und ich kriege es ja immer wieder auch als Rückmeldung. Auch das ist jetzt spannend mal von dir, obwohl wir ja an dem Thema leider gar nicht miteinander zu tun hatten, weil das ja schon alles vorher, bevor du ins Unternehmen kamst, schon in der Planung war. Aber das ist mal ganz toll, aus einer ganz anderen Ecke genau die gleichen Erfahrungen zu sehen, dass die Menschen dann interessiert sind und dabei bleiben, wenn das Format den Sehgewohnheiten angepasst ist. Also allein die Tatsache, zwei Kameras zu haben für zwei Perspektiven, ich kriege das jedes Mal. Und wenn es nur ein Videocall mit einem Kunden ist, wo es noch gar nicht ins Studio geht, sondern um ganz andere Themen, wenn ich einfach nur mittendrin die andere Kamera wechsle, die fallen mir fast vom Stuhl. Boah, das ist ja ganz toll. Und also einfach so dieses aus dem Trott rauskommen. Ja. Bringt wahnsinnig viel. Absolut. Und es macht auch Spaß. Und das ist das Wichtigste dabei. Die Leute haben mehr Spaß, die Technik zu nutzen. Das ist, finde ich, etwas, was ich vielleicht auch noch nicht genug heraushebe. Das ist meine Erfahrung. Ich kriege das immer wieder bei den Workshops mit. Da hast du eine Gruppe, Männlein, Weiblein aus den verschiedenen Abteilungen, alle noch sehr verhalten. Dann entwickeln wir erstmal grob Formate und dann sagen wir, okay, wir haben jetzt ein kleines Studio mitgebracht, kleines Videopult, zwei Kameras, Bildschirm, wo ihr euch drauf seht und das Sendebild groß auf dem Beamer, damit es alle sehen. Spielt man damit rum? Es kommt spätestens beim zweiten und dritten dann irgendwann die Situation, setz dich hin für die Kamera, guten Abend meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau und lachen sich alle kaputt. Also plötzlich haben die auch Spaß damit und fangen an zu verstehen, dass die Technik nicht der Feind ist und die Kamera auch nicht. Und mit diesem Spaß dann ranzugehen und Formate zu entwickeln und kreativ zu werden, das ist eigentlich der Durchbruch. Genau. Und ich finde es eigentlich auch ein bisschen erstaunlich, dass das ja wahrscheinlich tatsächlich bei vielen Unternehmen noch nicht so ganz selbstverständlich ist, dass man das macht. Denn wie gesagt, ich habe das Thema Employer Branding vorhin angesprochen, ist für uns eine gigantische Baustelle. Auch das ganze Thema Nachhaltigkeitskommunikation ist für uns eine großartige oder eine große Baustelle. Und da haben wir eben auch Sachen, die wir gern kommunizieren möchten. Und da wissen wir einfach, dass da bringt es jetzt nichts, wenn wir da jetzt irgendein schickes Magazin machen. Da kommen wir gar nicht an die Zielgruppe ran. Also wir müssen im Grunde genommen an die sozialen Medien gehen, dort präsent sein und da unsere Dinge zeigen. Und dann brauchen wir eben einfach auch Content, der dort als dahingehörend wahrgenommen wird. Und jetzt ein Webinar oder eine Videokonferenz muss ich bei TikTok nicht einstellen. Da werde ich nicht als dazugehörig wahrgenommen. Und genau für diese Zwecke ist das einfach total wichtig. Und wir sehen es ja selber, wenn man sich jetzt mal zurück überlegt. Instagram vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, ich weiß gar nicht, wann das gelauncht ist, jetzt auswendig. Es waren am Anfang sehr viele Bilder mit Texten drauf. Mittlerweile würde ich sagen, zumindest in meinem Feed ist es zu über 80 Prozent sind es Videos. Kleine Ausschnitte, die dort gezeigt werden. Und ja, ich swipe von Video zu Video weiter. Also Bewegtbild ist da lange das Thema schon. Und auch an, ich finde auch, das schwappt immer weiter über, auch in andere Social Media Kanäle, also wo einfach das Bewegtbild immer dominanter wird. Und da muss man einfach als Unternehmen, denke ich, auch darauf reagieren mit den entsprechenden Medien. Denn wenn man auf dem Markt dann aktiv sein möchte und auf dem Markt wahrgenommen werden möchte, dann muss man das eben auch mit den Instrumentarien tun, die auf diesem Markt gang und gäbe sind und nicht mit Instrumentarien, die man in den letzten 15, 20 Jahren vielleicht für sinnvoll gehalten hat. Ja, das ist, weil du gerade Instagram erwähnst. Gerade bei Social Media Inhalten höre ich sehr häufig dann, naja, aber da reicht doch das Smartphone. Das machen wir alle mit dem Smartphone und das ist ja dann auch authentisch. Deshalb, die Qualität reicht dann. Deshalb müssen wir da jetzt gar nicht investieren. Ich bin da anderer Meinung, weil ich merke, dass sich der Qualitätsanspruch, das Qualitätsverständnis an Bewegtbild gerade durch die letzten drei Jahre sehr verändert hat. Auch da wieder die Frustration auf Seiten der Zuschauer bei schlechter Bild- und Tonqualität. Das wird bei so einem 30 Sekunden Reel auf Instagram wird das vielleicht verziehen. Aber wenn es inhaltlich mehr in die Tiefe geht und auch darum geht, ein Unternehmen zu repräsentieren, wenn es mal so ein kleines Spaßvideo ist, alles okay. Aber wenn Themen wie Employer Branding und Recruiting dann noch mehr in die Tiefe gehen und daraus auch, sag ich mal, mehr als nur ein, zwei Videos werden und man möchte, dass Menschen sich das dann oder die Zielgruppe sich das dann auch langfristig immer wieder anguckt, die neuen Inhalte, dann ist Qualität ein Thema, definitiv. Ja, ich denke auch, es gibt Anwendungen, was das ich, du hast irgendwie einen, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, wir haben 35 Standorte weltweit, zum Beispiel auch einen relativ großen in Indien und da gibt es ja meinetwegen irgendeine Festivität und das filmen die dann eben auch einfach mit dem Handy irgendeine Party, die sie da machen. Das ist dann charmant und witzig, aber wir haben natürlich auch zum Beispiel die Jahrespressekonferenz bei uns, wo dann Journalisten aus aller Welt, also buchstäblich aus aller Welt, da die Materialien bekommen, da ist es natürlich wichtig, dass die Qualität stimmt. Also wenn wir sagen, wir haben den Anspruch, da Weltmarktführer zu sein, dann können wir den dann nicht bewegtbild vom Handy präsentieren mit schlechten, halligem Sound. So und da ist dann natürlich auf jeden Fall eine Top-Qualität gefragt, wo man dann einfach auch zeigt, also auch in dem Bereich, wie wir uns nach außen geben, wie wir uns präsentieren, wollen wir quasi Marktführer sein. Und da denke ich, gibt es für beides immer eine gewisse Anwendung, wo das eine witzig ist, aber ja, also definitiv nicht reicht. Ja. Ja, schön. Da sind wir auch schon am Ende, weil schon die Stunde sich bald rundet. Ja, ganz schnell. So geht das. Wobei, wenn wir zwei telefonieren normalerweise, wir haben es jetzt echt seit, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, ich glaube 2020 haben wir uns das letzte Mal wirklich live gesehen. Das stimmt, ja. Ja, das müssen wir auch wieder ändern, ja. Ist in Plano für dieses Jahr. Ja. Normalerweise, wenn wir uns treffen oder telefonieren, das dauert, wir reden dann in Stunden. Noch viel länger, ja. Wir können beide viel und lange reden. Wir haben auch immer so viel erzählen, ne? Wir machen einfach eine Serie jetzt daraus. Genau. Unternehmens-Talk mit Christian. Ja. Genau. Ja, vielleicht von deiner Seite auch nochmal drei Punkte, ganz kurz und knackig. Was würdest du Unternehmen empfehlen, die mit dem Thema sich noch nicht so anfreunden können und das Thema Bewegtbild im Unternehmen, sei es intern oder in der externen Kommunikation, einführen sollten? Also ich würde wirklich empfehlen, sich dringend mit dem Thema zu befassen und einfach auch mal die vielleicht Hemmung zur Seite zu schieben und zu sagen, guck doch mal, was es da tatsächlich schon gibt. Denn es gibt ja Leute wie dich, die wissen, dass es Firmen gibt, die Bewegtbild brauchen, die aber jetzt intern keine Mitarbeiter haben, die sofort sagen, ich weiß, wie das alles funktioniert. Sich da also wirklich mal zu informieren, weil ich glaube, die Einsatzmöglichkeiten, also gerade nochmal Thema wirklich Employer Branding ist das ganz große Thema für eigentlich alle Unternehmen in Deutschland, in Österreich, wahrscheinlich europaweit. Und da muss man ganz neue Wege gehen. Und ich glaube, wenn man das nicht verschlafen will, dann muss man einfach das Thema Bewegtbild ganz weit oben auf die Agenda setzen und da einfach mal losgehen und einfach mal ausprobieren. Und im Idealfall wirklich möglichst viele Leute im Unternehmen dazu gewinnen, zu sagen, ich probiere mich da mal aus. Und da gibt es vielleicht auch noch das ein oder andere schlummernde Talent, was da richtig Spaß dran hat. Und dann kann man, glaube ich, einen fantastischen weiteren Kanal zur Kommunikation als Unternehmen aufbauen und zwar in beide Richtungen, eben sowohl nach außen B2B, B2C, aber eben gleichermaßen auch intern. Also da hat man im Grunde drei Wege, die man damit gleichermaßen bespielen kann. Und von daher denke ich, ist es ein wahnsinnig tolles Tool. Von daher würde ich sagen, wirklich loslegen, losgehen, informieren, machen. Und eine Sache fällt mir gerade auch noch ein, auch etwas, was ich jetzt schon ein paar Mal mitbekommen habe. Ein Unternehmen wird auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessanter, wenn es, also gerade für Jüngere, wenn es über ein eigenes Studio verfügt und solche Formate schon in der Produktion hat. Weil die jungen Generationen, die Digital Natives, die gehen da ja viel leichter mit um. Natürlich sind auch die allermeisten mit dem Smartphone aufgewachsen und sagen, ja gut, die Qualität reicht, aber ich sag mal ganz plump, Bock in einem Studio seine Videos zu produzieren, hat dann trotzdem jeder. So und wenn ich als Unternehmen diese Zielgruppe anspreche, sei es Azubis oder auch schon ausgelernter Studierte und ich kann sagen, in unseren Unternehmen gibt es neben, was weiß ich, allen möglichen Dingen, die Unternehmen mittlerweile ihren Mitarbeitern anbieten, gibt es aber auch ein Studio, wo du das Unternehmen repräsentieren kannst und Videos für Social Media produzieren kannst oder alles andere. Das können sich wahrscheinlich die älteren Generationen gar nicht vorstellen, die selber noch Hemmungen davor haben. Aber ich weiß es, ich habe ja auch Kids in dem Alter, Anfang 20, das ist für die eine Riesennummer. Definitiv, weil man muss immer eins bedenken für die jungen Digital Natives, auch wenn es für mich und deine Generation schwer nachvollziehbar ist, deren Vorbilder sind nicht mehr irgendwelche Rockstars, sondern sind YouTube- und TikTok-Stars. Damit sind die aufgewachsen. So ist es. Und viele von denen haben in jungen Jahren auch gesagt, auch meine Jungs, als sie klein waren, so 12, 13, ich werde später YouTuber. Kriegt man natürlich als Elternteil erstmal einen Herzkasper. Aus dem Alter sind sie raus, aber damit sind die aufgewachsen. Und das macht ein Unternehmen interessanter, wenn es sagen kann, wir haben quasi ein YouTube-Studio hier. Absolut. Das sind deren Sehgewohnheiten und sich da auch auszuprobieren, wie gesagt, auch gerade für interne Geschichten. Also, dass die Azubis zum Beispiel mal einen kleinen Film machen über ihre Ausbildung. Haben wir zum Beispiel auch schon gemacht. Und solche Geschichten, das ist absolut ein Plus. Also, ich kann das nur empfehlen. Super. Ja, dann vielen Dank, Christian, für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für deine Zeit, dass du hier beim Podcast dabei bist. Wenn du ein Thema hast, von dem du sagst, Mensch, das müsste mal in den Podcast integriert werden, mal gebracht werden, vielleicht kann ich da auch Experten für finden zu dem Thema, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.webinar-profi.de. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback zu meinem Podcast, gerne auch Bewertungen bei Apple Podcasts, natürlich gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und am aller, allerliebsten mag ich natürlich Textbewertungen mit einem Feedback, denn ich möchte ja auch laufend meine Inhalte verbessern. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.